Wir alle haben unsere eigenen Vorstellungen von Gott und wie wir ihn in unserem Leben erleben. Doch manchmal kann es schwierig sein, diese Beziehung zu finden oder sie zu vertiefen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass Gott nicht da ist oder sich von dir fernhält. Vielleicht weißt du nicht, wie du mit Gott kommunizieren sollst und was du tun kannst, um deine Verbindung zu ihm zu stärken. In dieser Meditation möchte ich dir helfen, dich für Gott zu öffnen und seine Gegenwart in deinem Leben zu spüren. Setz dich bequem hin. Schließ deine Augen. Atme tief ein und aus und versuche dich zu entspannen. Stell dir vor, dass du in einer ruhigen und friedlichen Umgebung bist. Vielleicht bist du in einer Kirche oder in der Natur. Du bist allein und hast Zeit, um dich auf dich selbst zu konzentrieren. Du spürst, wie deine Gedanken zur Ruhe kommen und du dich entspannst. Stell dir nun vor, dass Gott vor dir steht. Er lächelt dich an und sagt, ich suche dich. Spüre, wie Gottes Liebe und Güte dich umgibt. Du fühlst dich geborgen und beschützt. Nimm dir nun Zeit, um mit Gott zu sprechen. Sage ihm, was in deinem Herzen ist. Sprich über deine Sorgen, Ängste, Träume und Hoffnungen. Höre auf Gottes Stimme und lass dich von ihm trösten und führen. Stell dir vor, wie Gott dir seine Hand reicht und dich einlädt, ihn auf deinem Lebensweg zu begleiten. Spüre, wie seine Liebe und Fürsorge dich erfüllt und wie er dir Stärke und Mut gibt, um Herausforderungen zu meistern. Nun, da du diese Begegnung mit Gott gehabt hast, spüre die Verbindung zu ihm. Du weißt, dass er immer bei dir ist, auch wenn du es nicht immer spürst. Du hast eine Beziehung zu Gott, die dich in deinem Alltag unterstützen und tragen wird. Wenn du bereit bist, öffne langsam deine Augen. Atme tief ein und aus und spüre die Ruhe und den Frieden in dir. Nimm diese Gefühle mit in deinen Alltag und denke daran, dass Gott immer bei dir ist und dich sucht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020